Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 25. November 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1278. Heute mit den folgenden Themen Apple, Netzteil, Pulli und Oppo. Ich starte gleich mit Apple und den kuriosesten Gerüchten, nachdem wir schon viele deren Kuriosen hatten. Die aktuell in den letzten zwei Tagen rumgegurkt sind. Anscheinend soll Apple Interesse haben an einer 7 Milliarden Euro Übernahme von Manchester United. Ja, das ist für diejenigen, die das nicht auf dem Schirm haben, sowas mit Fussball. Irgend so ein englischer Club. Genau, nicht ein ganz kleiner. Ne, Scherz beiseite. Ein riesen Deal wäre das Ganze ein bisschen mit speziellem Bedacht gewählt, weil der Club eigentlich ein grosses Problem hat. Und das ist das aktuelle und das legendäre Stadion vom Verein. Das Old Trafford, wenn ich es richtig ausspreche, welches vermodernisiert werden müsste, was dann eben ein neuer Besitzer auch umbauen müsste. Da kämen dann nochmals, man rechnet so aktuell, mit 1,5 Milliarden Pfund obendrauf, die man dafür investieren müsste. Anscheinend soll Tim Cook persönlich Interesse daran haben. Ich glaube da nicht so, aber ich weiss jetzt wenigstens, weshalb heute Morgen in der U-App es hiess, dass die Manchester United Aktie so stark nach oben geschnellt ist. Wenn da natürlich ein Apple im Hut ist, dann geht ein bisschen was mehr. Doch nicht nur Apple ist da mit drin, auch andere wie der UFC-Star Conor McGregor hat seinen Ring in den Hut geworfen, wenn man es so schön sagt. Und auch andere Namen sind schon gefallen. Das Gegenüber, der Club selber, hat selbst gesagt, sie hätten Interesse an möglichen Übernahmegesprächen. Wir werden sehen, wer da schlussendlich zugreifen wird. Aber ich würde mal schwer behaupten, hier in der Daily Technik-Podcast wird das nicht so schnell wieder vorkommen. Oder Apple? Wir werden es sehen. In Brasilien ticken die Beamten ein bisschen komisch. Aktuell ist immer noch vor Gericht Apple gegen den brasilianischen Staat, weil man sagt, Apple müsse seinen iPhones wieder diese Adapter beilegen. Apple macht das ja als umwelttechnischen und wahrscheinlich auch ein bisschen, um Geld zu sparen und die Marge zu optimieren, gründen nicht. Das Ganze ist noch hängig, jetzt hat aber die Polizei damit begonnen, einfach radikal in ganzen Geschäften, also Providergeschäften und Smartphone-Läden oder generell Telefonläden, iPhones einzusammeln und die nicht mehr rausgeben zu wollen. Das ist ein bisschen speziell, vor allem da die Richterin ziemlich stark Richtung Apple tendiert und nicht Richtung das, was der Staat von Brasilien sagt. Wir werden sehen, was da passiert. Bis jetzt hat es somit ein Auswirken gehabt, dass die Apple TV 4K mit dem zusätzlichen USB-C auf USB-C Kabel ausgeliefert wird, was sonst nirgends in der Welt passiert ist. Verrückte Welt. Es wird jetzt immer mehr wieder fragmentiert. Aber ja, wir werden sehen, wo das hinführt. Menschen mit hässlichen Pullovern haben mehr Glück, von der Kamera nicht erkannt zu werden. Eigentlich wollte damals Facebook und die University of Maryland nur die Algorithmen verbessern, sodass Personen auf Bildern oder generell gesagt Personen auf Kameras besser erkannt und getrackt werden können. Wer da Facebook Böses unterstellen mag, ja, ihr habt genau recht. Pfui da. Was hat man rausgefunden? Wenn man ein hässliches T-Shirt anhat, oder weiss ich gar nicht, einen hässlichen Pulli, dann kann man der ganzen Geschichte davon kommen. Sehr, sehr speziell. Er funktioniert aber übrigens nur zu etwa 50 Prozent, weil es kommt vor allem auch auf die Grösse, das Gewicht, die Frisur, die Hautfarbe und viele andere Details an. Aber das Bild, was ihr in den Shownotes verlinkt seht, zeigt eben genau, um was es da geht. Dann sind neu, jetzt endlich final draussen, die Daten zum Oppo 9. Und wer jetzt gerade denkt, hä, du hast doch erst gerade das Oppo 8 vorgestellt, das Pro und die ganze Serie. Ja, das ist so, aber Oppo geht da den China-Weg und stellt das immer ein halbes Jahr, drei, vier, äh, ja, was ist das, vier Monate, drei, vier Monate in China vor und da gelangt es auch vorab in den Verkauf. Jetzt wissen wir zumindest, was da mit drin ist. Vieles, was aus der Spekulation und aus den Gerüchten rausgekommen ist, hat sich bewahrheitet. Eigentlich so ziemlich alles. Sie haben 6,7 Zoll AMOLED-Bildschirmscreens mit Full HD Plus Auflösung, 120 Bild, Herzbildwiederholungsrate. Das ist aussen gleich. Innen hat er aber unterschiedliche Chips von Snapdragon über Mediatek Dimensity und ganz speziell das Basismosel, das ist ja mittlerweile richtig bewährst, 12 GB RAM. Man muss bedenken, das Basismosel von nicht einem Flaggschiff-Telefon, sondern von Midrange-Telefon und die grösseren, also das Renault 9 Pro, hat sogar 16 GB RAM. Mal schauen, ob da dann noch was Flüssiges dabei rauskommt. Auch bei den Kameran übertreibt man es richtig heftig. Von 64 Megapixel als Primarkamera und zwei Megapixel-Tiefensensoren bis zu 250 Megapixel und 8 Megapixel als separaten und so weiter und so fort. Also Dinge, die richtig, ja, halt einfach reingebuttert, was gerade da lag und nach ganz viel Klang. Preislich orientiert sich das Ganze beim Vorgängermodell. Wir werden sehen, wann und ob die Geräte dann auch in die Schweiz kommen werden und zu euch nach Deutschland und Österreich. Das war's mit den heutigen Neuigkeiten. Somit haben wir jetzt auch das Wochenende erreicht. Euch noch einen schönen, letzten, erfolgreichen Arbeitstag und wenn ihr mögt, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.